hallo und willkommen zurück bei kingdom come deliverance so wir sind mittlerweile der meisterjäger von thalenberg geworden ja erstmal guten morgen strahl in die ecke stellen von unserem köter kelvin aber von dem sind wir auch fast nichts mehr anderes gewohnt denn das hat er schon in der letzten folge gemacht hier einmal alles markiert weil er wahrscheinlich schon wusste aha wir ziehen hier sowieso bald ein kann ich auch schon mal mein revier an sämtlichen ein- und ausgängen von unserer neuen prachtvollen hütte markieren nicht wahr komm mal her wir haben ja gerade ein genau seine geschlafen im spiel und er bekommt auch was zu morgen pebbles bekommt auch eine streicheleinheit so wir haben die aufgabe für herrn dibbisch wir sind ja jetzt noch dicker miteinander als was eh schon waren und zwar möchte der gute herr 90 hirschfleisch und um 90 hundeflüsterer neuer spezialisierungspunkt ah ja ok ich habe gerade gewundert was für uns was wir für ein skill bekommen haben um und um hirschfleisch zu bekommen haben wir gelernt hier drüben das sind alles jagdgebiet rehe hier drüben ist aber alles voll mit hirschen und da gehen wir jetzt hin hier hinten in eines der jagdgebiete können wir hoffentlich ein hirsch erjagen oder zwei also zwei reichen maximal da sollten genügend da sollte genügend fleisch rauskommen so dann noch mal was zu der sache mit der letzten aufnahme weil ich da noch mal ein bisschen was probiert hatte und das hat es ist kommt ähnlich so zum tragen bei kingdom kam weil ich wie gesagt mit dem controller spiele und ja da bin ich weder an maus noch an tastatur die man klicken hört so also ich hatte auch immer das gefühl dass das vorher dass ich auch nie einer wirklich beschwert das davon mal abgesehen gab es da nie beschwerden dass man irgendwie laut im hintergrund auch bei anderen spiel bei sons of the forest zum beispiel nie irgendwie die maustastatur oder so gehört hat das ist glaube ich eher immer der fall wenn man selber ich kenne das bei anderen wenn ich anderen zuhöre und ich kopfhörer auf habe höre ich das viel viel mehr als wenn ich andere let's plays laufen habe die ich mir anschaue die über meine lautsprecher boxen laufen da hört man das sowieso nicht so sehr so und nun hatte ich das mit den geräuschunterdrückenden filtern von obs gemacht x4 und und letzte folge dann auch kingdom kam und ich habe vorher ewig viele stunden weil ich dachte es kann doch nicht nur das problem ist nämlich wenn ich bei obs die filter einstelle dann kann ich auch nur mit obs aufnehmen dass dann auch die effekte wirken so und nicht mit meinem wunderschönen nvidia shadowplay programm was mich noch nie im stich gelassen hat und einfach eine sehr gute qualität abliefert und hier drüben ist ein kleines lager da waren wir schon mal so und und andere programme die mir vorgeschlagen wurden also die ich gesucht habe im internet die waren entweder musstest du so ein bescheuertes monats abo abschließen ich habe kein problem damit auch führen für ein gutes programm geld hinzulegen gar keine frage aber nicht als abo das hasse ich wie die pest wenn man mittlerweile für irgendwelche programme in abo dienst abschließen muss finde ich komplett bescheuert so was aber okay so ist es nun mal so und dann hat mir aber einer von euch jetzt gestern vorgeschlagen ja probier doch mal von nvidia nvidia broadcast aus und da dachte ich ja okay habe ich noch nie gehört wurde mir auch nie vorgeschlagen in der google suche also ich habe wirklich nicht nur die ersten drei google ergebnisse genommen sondern ich bin ja dann schon eine weile unterwegs und und durchsuche und auch dann kam es unweigerlich zu irgendwelchen reddit beiträgen aber die verwiesen dann auch wieder bloß weil es meistens dann nur um obs sachen geht jedenfalls gibt es von nvidia ein klitzekleines kostenloses programm was ki gesteuert die geräusche im hintergrund rausfiltert und die eigene mikrofonqualität nicht schmälert wie das unter umständen zumindest so wie ich das eingestellt hatte teilweise der fall ist über über die obs filter so und da habe ich das probiert worden und man muss dann auch so zwei drei kleine sachen einstellen zumindest wenn ich aufnehmen möchte musste ich noch so muss ich noch mal das mikrofon auch einstellen dass auch das neue was nvidia dann anlegt was mein normales mikrofon ist aber über über eine andere weiß ich nicht interne schnittstelle die sich dann zurecht baut oder so keine ahnung jedenfalls einstellen also es ist keine große sache gewesen und dann klicke ich einfach nur auf ok und dann wird das ki gesteuert im hintergrund live raus gefiltert und das programm ich habe es natürlich wie gesagt wir hören das jetzt nicht großartig aber es sollte trotzdem wenn jetzt im hintergrund irgendwie doch mal hier der mittelalter krankenwagen bei mir vor der vom haus vorbeifährt oder oder die beiden süßen kleinkinder der nachbarn mal wieder laut durch die gegend brüllen und die eltern hinterher schreien das sollte dann jetzt raus gefiltert werden und natürlich ich werde es auch bei x4 testen wenn ich damit mausen tastatur spiele dass das dann auch deutlich weniger bis gar nicht mehr zu hören ist das programm braucht manchmal eine weile also das heißt eine weile das ist auch übertrieben also wenn ich habe es ja ein bisschen getestet jetzt wenn ich dann mit maus und tastatur rumklimper dann kann es sein dass man die ersten ein zwei sekunden während der aufnahme noch hört aber dann merkt das programm okay das geräusch gehört nicht zu seiner stimme nämlich sofort weg und das nimmt es dann auch komplett weg also ist der wahnsinn ja das funktioniert wahnsinnig gut kann ich nur jedem empfehlen der da auch immer mal so ein bisschen mit rum probiert vielen vielen dank noch mal für den tipp der war echt gold wert weil ich echt so ein bisschen auch die ja nicht die nerven verloren habe aber so ein bisschen am verzweifeln war weil das alles immer so ungelenke lösungen sind und dann halt über diese abo programme wurde irgendwie ich sag mal acht euro im monat ist jetzt auch nicht die welt aber ich will einfach kein abo programm dann zahle ich 100 euro im jahr für für ein programm ich kaufe es dann lieber einmal für 20 euro und dann ist gut meinetwegen oder zehn oder von mir aus 40 oder so aber dann habe ich muss kein abo abschließen weil ich was ich ja immer mega ätzend finde für für solche programme halten naja jedenfalls nvidia broadcast kann ich sehr empfehlen aktuell mal schauen wie es sich durch so eine ganze aufnahme zieht war zumindest im test sehr gut und ich hoffe dass es jetzt für die komplette aufnahme auch sehr gut ist und das manchmal so ein bisschen trügerisch wenn ich dann immer meine meine testaufnahmen gemacht habe mit mit den obs filtern das sind ja immer nur vielleicht mal zehn mal 20 sekunden oder so die man halt testet du nimmst ja keine komplette folge zum test jedes mal auf und dann denke ich mir ja das klingt super und so aber man ist dann irgendwann so im tunnel drin dass man das nicht ganz wahrnimmt und ich habe dann selber noch einen tag später nach der letzten aufnahme jetzt bevor ich das mit nvidia broadcast versucht habe da noch mal reingehört dachte ja nicht stimmt schon das klingt ein bisschen anders und so hundertprozentig geil ist es nicht aber wie gesagt auch mit obs ist es nur eine einstellungssache aber ich habe halt so von sound sachen das ist auch so ein tiefes thema so gar keine ahnung das ist mir auch viel zu komplex und ich verstehe auch die die hintergründe nicht also ich weiß wie ich die regler die es da gibt bedienen muss aber nur weil es dafür tutorials im internet geht die bedienen die so und so und dann denke ich mir die erklären dann auch dazu was warum das so ist in einfachen worten das verstehe ich dann auch aber was auf technischer seite da im hintergrund los ist keine ahnung das verstehe ich dann wiederum nicht also das ist schon keine so einfache sache wenn man richtig ahnung von der materie haben will na auf jeden fall durch das neue programm jetzt das sieht zumindest schon mal sehr gut aus und ich gucke mir das mal weiter an und heute die aufnahme probieren wir mal damit das sollte wieder ganz normal meine mikrofon stimme sein meine on air voice und ja ich hoffe neben geräusche bei dem spiel jetzt sowieso nicht dramatisch aber bei anderen aber mal gucken was ihr jetzt sagt vielleicht sagt ihr nee das klingt jetzt doch irgendwie ganz doof oder ja es ist besser keine ahnung so auf jeden fall sind wir jetzt im hirschgebiet ich steig mal ab und heinrich ist jetzt natürlich nicht der leiseste das ist mir klar welche pfeile habe ich denn eigentlich angelegt wir haben noch 40 verbesserte langstrecken pfeile was hatten pebbles da noch so mit ich habe noch deutlich bessere in unsere kiste hätte ich mitnehmen können alles wird schon passen ich lasse auch erstmal meine klapperrüstung an in der hoffnung dass heinrich gut genug zielen kann heute goethe haben wir auch mit so ich weiß nicht wie lange wie lange schläft denn so ein hirsch jetzt ist es im spiel noch nicht mal um acht früh kann natürlich sein dass die noch auf wolke sieben schlafen und noch gar nicht wach sind und durchs geäst hüpfen jetzt wurde es immer mal gefragt nicht nur unter kingdom come videos sondern auch unter den x4 videos die jetzt neu sind ob ich sons of the forest noch weiter spiele ich hatte ja neulich mein problem mit dem rechner dass ich da die kühlung ersetzen musste und da vergingen so ein paar tage und da konnte ich von von allen sachen hat keine aufnahmen machen und ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher ob ich ich weiß ich kann es leider nicht sagen keine ahnung bei weit lege ich jetzt erstmal auf eis das sollte theoretisch von anfang an da ist nee das ist eine hase da sollte von anfang an eh nur so ein paar folgen ursprünglich kommen da sind im endeffekt fast 50 folgen dazu entschieden ja aber sons of the forest bin ich mir noch nicht sicher ob ich es doch noch weitermache oder nicht tut mir leid für alle die da warten aber ich lasse es jetzt einfach mal offen ich will jetzt noch nicht nein oder ja sagen deswegen ja nein so köter hast du schon irgendwo so ein tier gesehen oder das ding ist wir können ja hier im süden pass auf da ist ja auch noch mal ein hirschgebiet ich laufe einfach mal von dem hirschgebiet ich denke der ganze wald hier das hirschgebiet die sind ja schon relativ groß und spätestens deren geweih sollte ja so ein bisschen herausragen dass ich die hoffentlich auch auf gute entfernung schon mal entdecken kann aber ja wie gesagt ich weiß nicht ob um die uhrzeit im spiel schon hirsche unterwegs sind wir haben ja auch noch die andere hirschquest wo wir hirschfell hirschleber und auch noch mal hirschfleisch für diesen alex brauchen aus ratei aber jetzt kriegt erst mal die wisch seine kohle ach so moment was ich noch schauen wollte und zwar hunde flüsterer da haben wir noch zwei punkte was macht hinterher fliehende gegner zu verfolgen und anzufallen setzt die spezialisierung fass voraus das haben wir denn hund kann mit seiner spürnase interessante orte ausfindig machen dein hund knurrt wenn sie in der näheren umgegnung umgebung gegner befinden nein danke dein hund ist ein treuer gefährte wenn wann immer er wegläuft ja ich nehme mal das hier mit dem hinterher das finde ich ganz cool von mir aus noch ja falls er doch mal weg läuft ich nehme mal treuer gefährte welches level sind wir denn 15 ok da kommen noch welche heimlichkeit die andere sachen gucken uns später mal nicht wollte jetzt erst mal als vorhin angezeigt wurde für köther kelvin noch mal so ein paar punkte ausgeben dass wir noch mal auf jagd sind wer hätte es gedacht wahrscheinlich könnte ich das fleisch natürlich auch einfach kaufen aber jetzt dachte ich mir jetzt sind wir meisterjäger das lustige ist ja immer die deutschen untertitel da stand immer jägermeister aber im spiel selber die haben immer meisterjäger gesagt ja steht zwar ist jagd wild aber ich sehe nicht was vermutlich nur ein hase wenn ich nichts sehe hätte eigentlich meine jägers rüstung dafür anziehen sollen jetzt wo wir die bekommen haben das ist hier noch eine andere hund hätte auf jeden fall gepasst oh wartet mal ich muss mal jetzt fällt mir grad was ein nicht dass das jetzt komplett in die hose geht ich mach mal einen ganz 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 kurzen cut ihr merkt es gar nicht so da bin ich wieder alles gut alles gut das hat jetzt bei mir auch nur zehn sekunden gedauert weil ich jetzt die befürchtung hatte dass ich beim den dass ich den ingame sound nicht aufnehmen und da irgendwas vor noch verstellt habe aber ne alles gut der ist auch dabei perfekt sorry dafür oh man so da kommt zeigt euch oder vielleicht doch erstmal weiter auf pebbles rum reiten das ding ist ja man kann sich ja auch trotzdem ein relativ laut ist deswegen dass ich jetzt auch erstmal die klamotten an schon recht nah den wildtieren nähern bevor die ein bemerken als wie immer wenn man nach den tieren sucht findet man es nicht und wenn man sie nicht braucht dann hüpfen sie vor allem einfach so über den weg und dann auch noch mal die 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 im die 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 Das ist aber hübsch, guck mal an ey. Der Stein ist so auffällig, vielleicht ist da ja ein Schatz vergraben. Ach hier ist so ein kleines Wasserloch. Ach so, das ist auch die Stelle mit den Rehen, äh mit den Hirschen. Ah, guck mal. Keine Ahnung, wo der Pfeil gerade hinging. Oh, nice. Huch, Entschuldigung. Okay. Da haben wir direkt eins. 135 Fleisch, wow. Okay, genau. 40 Hirschfleisch braucht Alex und 90 braucht er doch Dibbisch. Ja, geil. Ach so, wir schaffen Hirschleber für den Sarsauer Metzger. Gut, die könnte ich vielleicht tatsächlich so kaufen. Okay, geil. Dann könnten wir theoretisch auch die 40 Hirschfleisch jetzt erstmal für Alex abgeben. Wir hätten dann noch genügend für Dibbisch. Bräuchten aber noch... Warte mal. Wo ist das hier? Wir bräuchten aber noch Hirschleber. Jetzt könnte es sein, dass wir... Entweder ich brauche noch mehr Hirsche oder ich hoffe einfach, dass unser guter Freund Ernie, der Jägermeister aus Rattai, Hirschleber für uns hat. Aber ich möchte dem Alex jetzt erstmal die 40 geben. Das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, dass wir vier Hirschlebern brauchen. Aber gut. Ach so, da fällt mir was ein. Das verdirbt ja nach einer gewissen Zeit. Ich hatte doch... Wir haben doch noch genügend... Ach nee, Jagen. Hier, rohes Essen, deinem Inventar hält länger. Mist. Wir haben leider keinen Jagdpunkt mehr übrig, sonst hätte ich den jetzt mal direkt investiert. Ich könnte es ja auch mit Salz länger haltbar machen. Mit Konservierungszeug irgendwie. Aber... Nicht bei der Menge an Fleisch. Du brauchst ja ewig, bis du das alles konserviert hast. Da habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Da gehe ich lieber nochmal neu jagen. Aber das eine... Der eine Hirsch gerade, der war recht... Recht entspannt. Huch! Der hatte zumindest gar keine Ambitionen, irgendwie wegzulaufen. Fand ich gut. Bei Red Dead Redemption 2. Da gab es ja die... Da gab es ja bei jedem Tier, was man erlegt hat. Sagen wir eine Animation, die es einem nochmal richtig gezeigt hat, wie da dem Hasen das Fell über die Ohren gezogen wurde. Was auch teilweise echt krass aussah, muss ich sagen. Und hier habe ich ja schon eine Mod installiert, die auch zum Beispiel das... Wenn er sich... Normalerweise, wenn ich eine Pflanze sammle, dann bückt sich Heinrich nach jeder Pflanze. Und das ist einfach... Also ich mag es, ja auch wenn es sehr immersiv ist, aber... Da kommt wie so eine kleine Zwischensequenz von halt ein paar Sekunden jedes Mal. Und das muss ich echt nicht haben. Also... Aber so eine... Ich dachte mir, hm... Gerade bei so einem erjagten Wild... Da dann so eine kurze Sequenz, das fände ich wieder besser. Mal gucken. Vielleicht im zweiten Teil. Ich glaube, sowas sparen sie sich. Da wird vermutlich keine Zeit und rein investiert. Weil ich fand das bei Red Dead Redemption 2, auch wenn das teilweise echt brutal aussah, aber ich fand das ein nettes Detail. Aber nach Blümchen sich zu bücken, das brauche ich nicht. Das ist nett gemacht, aber jedes Mal switcht dann theoretisch die Kamera raus in die Third-Person-Perspektive. Siehst du, Heinrich sieht sich zwei, drei Sekunden bücken. Ne. Das ist mir dann doch zu viel des Guten. So, dann kriegt Alex endlich nach Monaten, die er uns schon die Aufgabe gegeben hat, endlich mal seine 40 Hirschfleisch. Und ich hoffe, Berthold hat noch ein paar Hirschlebern. Drei Stück brauchen wir noch. Und dann können wir Divish den Rest auch noch geben. Und dann kann das Fest beginnen. Ich bin ja gespannt, ob das dann nur die Aufgabe beendet oder ob dann wirklich auch danach auch eine kleine Zwischensequenz kommt mit einem Fest. Um den neuen Meisterjäger von Thalenberg auch ordentlich und gebührend willkommen zu heißen. Ja, der eine von euch, der ein Trinkspiel gemacht hat, jedes Mal, als ich an Beran vorbeiritt und ihm seinen Becher nicht gegeben hat, hab, der muss ich natürlich mittlerweile was Neues suchen. Das hat einen von euch ganz schön beschäftigt. Und ich fand es ganz witzig, als ich das gelesen habe, dachte, ja, okay. Ja. Manchmal denkt man halt einfach nicht an alles dann. Aber der hat ja mittlerweile seinen Becher bekommen. So, Peppels, warte mal kurz einen Moment hier. Ich muss mal kurz mit meinem besten, besten Meisterjägerfreund. Wir sind jetzt, wir sind jetzt sozusagen wie Brüder. Brüder, Wehtüter, Ernie, Berthold, ist ja, ist ja unser Kollege. Nein? Ich brauche, pass mal auf, Berthold, hast du, hast du zufällig, hast du nicht. Sag mal, hab ich die Schatzkarte, hat er immer wieder solche Schatzkarten? Schatzkarte 17. Das würde ich jetzt wissen. Hab ich Schatzkarte 17? Nee, da ist er nicht. Doch, hier. Seht ihr, ich habe schon welche doppelten, dreifach gekauft. Ich blöde Idiot. Ach, shit, weil ich immer dachte, die haben die nur ein einziges Mal am Angebot. Ach, so. Na, geil. Okay. Das ist mir nie aufgefallen. Ich dachte halt, wenn die Schatzkarten haben, die haben die einmal und das war es dann. Seht ihr, ich könnte auch die gelesenen Bücher endlich mal wegpacken. Aber der hat leider keine... Hirschgeweih hat er, ja. Oh, das Rataia-Turnier beginnt morgen. Yes. Leute. Endlich ist es mal wieder soweit. Heinrich der Piekser. Heinrich der besoffene Rataia. Der Turnierpiekser. Der ist morgen wieder am Start. Nice. Da kriegen wir wieder ein neues Rüstungsteil von Herr Hanusch. Vielleicht ist das dann endlich mal brauchbar. Aber ich könnte mir vorstellen, Heinrich hat mittlerweile schon recht gute Klamotten an. So, wo ist er denn davon? Hey Alex, ich habe mich jetzt echt beeilt, um dein Hirschfleisch zu organisieren. Grüß dich. Na? Ich habe hier Wild für dich. Großartig. Lass mal sehen. Es ging wild zur Sache, das sage ich dir. Äh. Der nimmt E plus 40 rein, genau. Danke, Heinrich. Dafür bekommen wir viele Vorräte. Ich habe wieder einen Auftrag. Der Fischer hat in der Schenkel gepragt, er würde das beste Wildschwein in Pilzsoße machen. Und nun wollen die Leute beweisen. Du brauchst also Wildschwein? Ja. Und wenn du schon dabei bist, kannst du auch gleich ein paar Pilze sammeln. Ha. Als nächstes soll ich es auch noch kochen. Okay. Pilze und Wildschweinfleisch. Das machen wir. Wo es Wildschweine gibt, wissen wir. Wo es Pilze gibt, wissen wir auch. Ein paar Schirmlinge. Vielleicht haben wir die sogar schon. Das weiß ich jetzt nicht. Zumindest Pebbles dürfte noch so ein paar Sachen haben. Äh. Hier. Fünf Schirmlinge. Nein, wir haben nichts. Und 25 Wildfleisch. Äh. Wildschweinfleisch. Nur. So. Ach, hier siehste. Genau. Hier steht. Ach. Dann war das vorhin die andere Quest mit der Hirschleber. Ich wollte schon sagen, wir sollten doch nur 90 Hirschfleisch besorgen. Aber pass auf, wir hatten irgendwo. Das hier. Gutes Geld für gutes Fleisch. Ich dachte die ganze Zeit, der will nur eine Hirschleber. Ne, okay. Der will vier Hirschlebern. Okay. Vorhin, weil das alles untereinander angezeigt hatte, dachte ich, das gehörte alles zu dieser Quest. Ne, okay. Cool. Dann können wir das doch schon abgeben. Perfekt. Wunderbar. Das hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm. Okay. 25 Wildschweinfleisch. Fleisch. Fünf Schirmlinge. Hat denn. Wir haben hier auch noch so viel Leder. Pebbles schleppt auch so viel Mist mittlerweile mit sich rum. Mal wirklich mal aussortieren. Irgendwann sortiere ich bestimmt mal aus. So Schirmlinge will er haben. Fliegenpilze. Müssen wir mal dran denken. Achso, ihr habt mir auch gesagt, einer der Tränke, die sich der Heinrich immer ordentlich reinkippt, der macht auch, der verringert den Schaden, warte mal, der hier, wodurch verursachte Schaden im Nahkampf zwei Minuten lang deutlich erhöhte. Allerdings ist für diese Zeit deine Verteidigung etwas geschwächt. Aha. Okay. So, der Bockblutdrank, der ist sehr gut. Den nehmen wir auf jeden Fall wieder. Ausdauer, zehn Minuten, genau. Der hier erhöht die Energie um 20 Punkte. Haben wir auch noch genügend? So. Und ihr meinten, war das der hier? Deine Muskeln erschlaffen? Nee, nee, nee. Doch hier. Deine Kampffertigkeiten mit oder ohne Waffe sind für zehn Minuten um fünf Punkte und deine Ausdauer um 50 Prozent verringert. Deswegen hat der Puppenmachertrank, war das glaube ich, wo er gesagt hat, ja, passt da mal auf, guckt da nochmal nach. Okay, danke für den Tipp. Das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Ich habe immer nur gelesen. Ja, macht mich fünf Punkte stärker. Reicht mir. Ja, manchmal ist zu Ende lesen doch ganz cool. Schützendrunk. Ja, gut. Hätten wir vorhin gebraucht, aber passt schon. Okay, dann gebe ich mir oben. Hier, deine Stärke und deine Fertigkeit Kampf sind für zehn Minuten um fünf Punkte. Also Wermutgeist ist gut, Aquavitalis und Bockbluttrank. Die drei kippen wir uns rein. Bring Alex ein paar Schirmlinge. Ja, natürlich. Ja, perfekt. Vielleicht kriegen wir das heute noch hin. Mit dem Rataia-Turnier. Wie spät ist es denn? Es ist noch Vormittag. Also ich möchte jetzt auch nicht einfach nur, um schnell zum Turnier zu kommen, hier Zeit überspringen im Spiel. Dann wird es vermutlich erst in der nächsten Folge. Also morgen schon sind wir dann mit Sicherheit beim Rataia-Turnier dran. Bisschen aufgeregt ist der Heinrich natürlich immer noch, aber auch nur der Vorfreude wegen, was ihm dann als Preis für den Sieg erwartet. Natürlich hat er von den Gegnern gar keine Angst mehr. Wenn hier einer durch die Gegend piekst, dann ist es Heinrich. So, ich reiz jetzt mal hier hinten lang. Richtung Thallenberg. Richtung roten Symbol auf der Karte da oben. Gab es eigentlich schon, ne gab es noch nicht, nur vom zweiten Teil Ingame-Szenen hat man gesehen. Aber hat man vom Interface schon was gesehen? Also ich finde es hier immer sehr gut, wenn das Interface so minimalistisch wie möglich gehalten wird. Und wenn das Spiel das dann gut rüber transportiert, ohne Dutzende Anzeigen. Also was mich bei Spielen auch oft richtig, richtig ankotzt ist, wenn das Interface vollgeklatscht ist, bis zum geht nicht mehr. Da muss ich sagen, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, finde ich die Ubisoft-Spiele nicht schlecht. Gerade die Assassin's Creed-Teile. Da kannst du dir im Interface alles zuschalten oder halt auch nicht anzeigen lassen, wie du möchtest. Das ist sehr, sehr gut gemacht, wie ich finde. Aber dann müssen, gerade was so Quest-technische Sachen angeht, dann muss halt das Spiel das auch am besten Fall anbieten. Wenn man sagt, okay ich spiele ohne Karte oder ohne Kompass. Dann muss natürlich im Spiel auch irgendwo eine Erklärung stehen. Gehe durch Südtor, dann nach dem ersten kurzen Waldabschnitt links den Feldweg rein und irgendwann kommt auf der rechten Seite ein großer Stein und dahinter irgendwo im näheren Waldgebiet findest du eine Lichtung. Und dort an einem abgesägten Baumstumpf, da findest du die Schirmlinge zum Beispiel. So, aber wenn die Spieler halt solche Texte nicht haben, dann brauchst du es auch gar nicht erst versuchen. Ich finde das mit dem Kompass da oben ist ein ganz okayer Kompromiss. Schlimmer fände ich es jetzt, wenn, oder was mich wirklich am meisten ankotzt, ist, wenn jetzt im Sichtfeld nochmal diese roten Punkte überall zu sehen wären. Oh, da kriege ich echt einen Hass. Also wenn ich das dann nicht abschalten kann in Spielen, dann spiele ich es auch nicht. Das ist einfach die pure Pest. Ja, da fand ich damals, falls sich noch jemand erinnert, Playstation 2, da gab es dann das Spiel The Getaway. Wurde damals so ein bisschen GTA-ähnlich gehandelt, aber hat, also mit GTA oder annähernd GTA hat das nichts zu tun. Hat natürlich London als große Stadt, aber es war schon sehr, sehr Story-lastig. Also du hast da deine Story gefahren und kannst auch so frei die Stadt erkunden, aber erkundungstechnisch gab es da nicht so viel hier und da kleine Easter Eggs. Und das war damals geil, das hatte kein einziges Interface-Element, wenn der Charakter halt angeschossen wurde oder verletzt war oder auch stark verletzt war. Dann hast du das gesehen, wie sich der Charakter bewegt oder wo er sich dann zum Beispiel festhält oder halt wie stark er blutet. Und das war am Anfang erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil du halt keine Lebensenergieleiste hattest. Aber man hat sich dann irgendwann dran gewöhnt und gesehen, okay, shit, jetzt noch ein Schuss und die Sache hat sich hier erledigt. Oder man hat gesehen, ne, okay, ein bisschen was einstecken kann er schon noch. Das war sehr gut. Und was schwieriger war, war dann herauszufinden, wie viel Munition noch drin war in seiner Waffe. Aber auch das hat man dann irgendwann einfach mitbekommen. Also ich finde das nicht schlecht, ne? Je weniger Interface, desto besser. Das ist auch so eine Sache, wenn ich immer mal irgendwelche WoW-Videos schaue. Und gerade WoW Retail, wo ja auch einfach sehr viel Interface da ist, und dann die Leute sich alles vom Interface in die Mitte des Bildschirms ziehen. Und ich mir denke, nein, gerade die Mitte des Bildschirms will ich frei haben und einfach das Spiel genießen. Aber es ist natürlich eine ganz persönliche Sache, ja, ist ja vollkommen in Ordnung. Wenn das andere da anders machen, sollen sie es. Es ist mir ja egal, wie die ihre Spiele spielen. Aber ich persönlich, ich habe einfach gerne viel, viel vom Spiel und so wenig Interface wie irgendwie möglich. Das ist immer so mein Liebling. Und auch hier unten, ich glaube, es gibt da auch eine Mod für. Und so ein paar Mods habe ich ja hier installiert, wie zum Beispiel, ich hatte es ganz am Anfang alle mal erwähnt. Das sind schon nicht so wenige, also so acht oder neun waren es insgesamt. Aber es sind nur so ganz, ganz kleine Sachen. Zum Beispiel halt, dass sich Heinrich nicht nach jeder Pflanze bückt. Oder dass sich die Pfeile, wenn man die schießt, die hinterlassen nämlich standardmäßig so einen ganz unnatürlichen Schweif hinter sich. Und das sieht einfach mega bescheuert aus. Oder diesen Punkt in der Mitte, den hatte ich, glaube ich, ein bisschen verkleinert. Und es gibt, meine ich, auch noch eine Mod, die oben den Kompass ein bisschen transparenter macht. Und unten auch Lebensanzeige, Ausdauer und Pferdeausdauer so ein bisschen entschlackt oder nochmal kleiner macht. Aber dachte ich mir jetzt, gut, okay. Ja, mal gucken. Vielleicht bitte da der Teil 2, also wenn das genauso ist wie im ersten Teil, bin ich vollkommen in Ordnung damit. Wenn der Teil 2 jedoch standardmäßig anbieten sollte. Ja, hier, du hast die Option, da nochmal ein bisschen was auszuschalten. Und da vielleicht noch, ey, bin ich auf jeden Fall dabei. Ich liebe das. Am liebsten die Spiele roh genießen, so wie sie sind. Ohne großartige Einblendung. Schon gar nicht mitten im Sichtfeld. Das ist eine Sache, die ich nicht so gut finde hier im ersten Teil. Wenn halt Quest-Einblendungen kommen. Und manchmal kommen die dann einfach mal zu ungünstigen Situationen, wenn man vielleicht noch beim Kämpfen ist oder so. Die klatscht es dir mitten ins Bild. Da dann gerne ein bisschen kleiner links oder rechts am Bildschirmrand irgendwo in der Ecke. Aber nicht mitten ins Bild. Das ist, finde ich, immer ganz, ganz furchtbar. Aber könnt mir gerne beschreiben, wie seht ihr das? Gern so viel Interface wie geht oder auch eher reduziert. Bisschen entspannter. Oh, hier, Captain Robert. Ey, pass auf, ich habe noch Kuman-Orohrringe. Willst du da nochmal welche haben? Ich kann nicht mal mit ihm reden. Doch, von vorn. Ich darf den Herrn nicht von hinten ansprechen. Ich habe Trophäen. Zeig her. Gute Arbeit. So verfährt man mit Schurken. Jawohl. Haben wir noch irgendwas? Ach ja, Streitkolben. Nö, Heinrich ist ja eher so der Piekser, nicht der Hauer. Vielleicht entwickelt sich ja der Heinrich. Vielleicht macht er eine neue Entwicklungsstufe. Also bei mir, bei uns hier im Let's Play im zweiten Teil durch und wird wie damals von Gandalf der Graue zu Gandalf dem Weißen, wird er dann Heinrich von Heinrich dem Piekser zu Heinrich dem Hauer. Ob das besser ist, weiß ich nicht, aber es gibt ja auf jeden Fall neue Waffen dann auch im zweiten Teil. Auch eine Armbrust und so. Es wird schon geil. Also, wie sehr ich mich drauf freue. So. Die Wisch. Ah, das passt ja. Da kann ich Ihnen ja das Hirschfleisch direkt auf... Hallo. Herrin. Ich, äh... Nochmal wegen der... Wegen Ihrem Schmuck. Naja. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Hier hast du 90 Tonnen Fleisch. Äh, 90 Kilogramm Fleisch oder 90 Einheiten Fleisch, genau. Ich habe wild. Vorzüglich. Es ist auch nur wenig angegammelt. Hier, deine Belohnung. Ich habe eine weitere Aufgabe für dich. Besorge das Fleisch für einen Hasenschmaus. In Ordnung. Ach, cool. Mach ich, mach ich, mach ich. Hase. Wie viel will er denn? Ja. Mit Herrin Stefanie Kiste. Äh, bei ihr durften wir ja beim letzten Mal schon nicht in ihre Kiste. Mit in ihre Kiste. Und die andere Kiste durften wir auch nicht. Also, sie wirkt mir ein bisschen... Sie zieht sich ein bisschen zurück. Vom Heinrich, habe ich so den Eindruck. Wir dürfen zwar noch, wenn sie schläft, nachts vor ihrem Bett stehen und zugucken. Aber mehr ist aktuell leider nicht drin. Ich kriege sie... Ich kriege weder sie noch ihre Kiste, kriegen wir geknackt aktuell. Naja. Gut. Ist ja nicht so, dass Herr Heinrich nicht andere Optionen hätte. Hier wäre schon eine. Alles klar. Also, wir haben jetzt noch ein bisschen Fleisch. Das könnte ich eigentlich direkt hier irgendwo verkaufen, bevor es vergammelt. Leider kann ich es jetzt nicht mehr beim Thallenberger Jäger verkaufen. Was ein bisschen schade ist, der wir, der Thallenberger Jäger sind. Also, Hasenfleisch. Also, Hasenfleisch. Wie viel braucht er denn? 150. Ach. Ach. 150. Hier unten der Gerber, der braucht den nur Schaut. Perfekt. Dann können wir das noch abgeben. Ey, das machen wir. Wüsste ich doch, irgendwas war doch hier noch. Nice. 150 Hasenfleisch. Wie viel brauchen wir denn da? 4, 5 so ungefähr. Ja, R5, 6 glaube ich. Ich glaube, 20 Fleisch gab es so einen Hase. Oh, ich weiß noch am Anfang. Die ersten wildere Jagdversuche meine ich doch natürlich. Oh, das hat teilweise, da habt ihr bestimmt viele Tischkanten gefuttert, oder? Das ging schon ab und zu mal echt, echt in die Hose. So, ist das die gute Dame? Der ist hier drin. Ja, ja, ich darf hier nicht rein. Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Ich habe die heute für dich. Das nenne ich Qualität. Genau das, was ich brauche. Hier, bitte. Hast es dir verdient. Danke. Benötigst du denn keine Häute? Doch, das Kloster hat Hasenhäute bestellt. Sie machen draus Gürtel gegen Rückenschmerzen. Würde mich nicht wundern, wenn der Abt selbst einen trägt. Gott sei mit dir. Okay, ja gut. Na, so, hallo. Oh. So ein Zufall. Das bietet sich ja mal wieder perfekt an. Okay. Das wäre wirklich schöner Zufall, dass ich das so in dem... Drei Hasenhäute. Drei Hasenhäute für einen Gerber. Und 150 Hasenfleisch. Perfekt. Ach ja, ich vergesse mal. Ich will mich immer jedes Mal... Warum will sich der Heinrich ausgerechnet beim Gerber waschen? Da ist auch überall was drin. Okay. Wollen wir nicht erst mal Kaffee trinken gehen, oder? Das ist schon ein bisschen übergriffig, was er da von uns gefordert hat. Na gut. So, also Häschen. Das könnte eigentlich unser Köter machen. Der jagt die ja und bringt die uns dann. Deswegen... Die gibt es ja überall, die Häschen. Da brauche ich ja bloß hier hinten mal hinrennen. Hier. Hier im Wald irgendwo. Da ist ja alles voll. Da ist ja alles voll. Der Heinrich. Unser... Alter. Oh. Heinrich. Nein. Nicht. Guck weg. Um Gottes Willen. Der Heinrich kommt nicht los von seinen Sauen, ne? Ach. Heinrich. So ehrlich. Das ist mir schon einer. Ach so. Hier geht es gar nicht drüber. Na. Da müssen wir... Geht hier vorne nochmal ein Weg über den kleinen Fluss? Naja. So halb. Au. Ach komm Pebbles. Ach komm. Ich habe gedacht hier... Kommst du drüber. Ja. So. Hier ist wieder unsere Hütte. So. Dann können wir direkt hinten raus. In den Wald. Und uns nochmal nach ein paar Hasen umschauen. Wie spät haben wir es? 13.30. Wunderbar. Ja. Theoretisch hoppeln die ja überall rum. Und eigentlich müsste ich nur mit dem Finger drauf zeigen und sagen. Köter. Los geht's. Ich muss ja nicht mal sehen. Reicht ja wenn ich mit der Bildschirm mitte drüber fahre. Kriegst du hin oder Köter? Heute... Äh. Der pinkelt schon wieder. Das gibt es doch nicht ey. Ist ja unfassbar. Der pinkelt schon wieder. Hm. Leider... Vorhin liefen wir ein paar über den Weg. Da wusste ich aber noch nicht, dass wir welche brauchen. Danach wollen sie wahrscheinlich Wildschwein haben. Spawnt ein Reh vor mir. Okay. Gerne nochmal mit einem Hasen. Warte mal. Ich muss mal kurz gucken. Äh. Okay. Deswegen laufe ich gerade im Kreis. Gehen mal Richtung Osten. Was haben wir hier? Noch ein Reh. Da ist noch eins. Ich fand das schon ganz cool damals. Dass wir dann so viel gejagt haben. Und ich halt auch mein Jagdskill verbessert habe. Gerade weil ich das mit dem Bogenschießen auch lernen wollte. Was schon echt eine Weile gedauert hat. Um zu wissen wo man hin zielen muss. Damit der Pfeil dann auch trifft. Ist jetzt hier echt kein Hasen? Hier vorn bestimmt. Hier sehe ich auch mehr. Da war was. Hohl. Was Hohl. Was. Was. Häschen. Da lag schon eins tot rum. Das ist aber nur. Okay. Sehr gut. Danke. 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 Ganz fein. So ist's. Okay. War das ein Hasen den ich schon mal. Was. Jagd habe. Weil ich dachte mir immer. Dass die dann irgendwann nach einer Zeit verschwinden. Die bleiben doch nicht ewig liegen. Die Tiere hier. Okay. Also auf jeden Fall. Gibt es hier schon mal Hasen. Lol. Ernsthaft. Hier ist jetzt auch ein Jagdgebiet Hirsch. Ich geh kaputt. Das ist ja unglaublich. Das ist ein Reh. Hier ist ein Hirsch. Die hauen gar nicht ab, wenn ich daneben schieße oder was. Was. Okay. Hat er sich gerade weggedreht. Okay. Ah. Toll. Okay. Eieiei. 144 Hirschfleisch. Das ist einfach. Ha. Eieiei. 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 So. Wir haben jetzt noch mal einen neuen Punkt bekommen. Ah. Also. Jagen. Wir haben neues Level gemacht. Aber leider keinen Punkt bekommen. Wahrscheinlich wenn wir Stufe 15 Jagen erreicht haben. Dann kriegen wir noch mal einen Punkt. Aber ich brauche Häschen. Köter. Siehst du einen Hasen? Ich habe den Hirsch jetzt nur mitgenommen. Um nochmal im Jagen aufzuleveln. Ah ne. Der ist da hinten. Ich wollte kurz sagen. Was ist denn das für ein großer Hirsch da hinten? Ne. Da ist einer. Schnapp ihn dir. Da hinten rechts ist noch einer. Hier hinten habe ich gerade noch irgendwo einen gesehen. 34 gerade. Okay. Halt. Da war er. Auf ihn. Perfekt. Sehr gut. Hier. Guck mal. Da kannst du dir direkt. Kriegst du einmal. Äh. Inner rein. Und lecker. Oder? Hm. Ganz. So. Also ein bisschen brauchen wir noch 150 Bilder haben. Ohne Scheiß. Ich wollte gerade sagen. Hier liegt ein Hase. Wow. Okay. Es ist soweit. Da hinten ist ein Reh. Okay. Ne. Das wäre schon cool. Wir müssten die dann schon heute eigentlich. Also. Am heutigen Ingame Tag. Zumindest noch fangen. Sonst vergammeln die mir dann. Wenn morgen das Turnier ist. Ist mir egal. Ich nehme ein Turnier teil. Und wenn ich nicht genug Fleisch habe. Und das vergammelt bis dahin. Dann ist es halt so. Gut. Ich würde es dann vorher schon irgendwo verkaufen. Ah ja. Da. Guck mal. Ha ha ha. Oh Mann. Das ist auch gemein. Dem Hasen gegenüber. Aber. Mein Herr Dibisch. Der möchte doch so gern Hase essen. Ganz fach. So. So. 60 brauchen wir noch. Also. Zwei Hasen noch. Wenn wir Glück haben. Dann reicht schon. Ach so. Steigert das eigentlich mein Jagenskill? Ich glaube das hatte ich schon mal geschaut. Ein bisschen glaube ich. Ein bisschen. Wenn ich. Köter Kelvin jagen lasse. Ja. 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 Gefühlt. Ne. Gefühlt. Gefühlt vergeht die Zeit beim Jagen immer sehr schnell. Haha. Ich weiß nicht warum. Es kommt mir mit Sicherheit nur so vor. Boah. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Oh. Oh. 31 fehlen. Oh man. Das wird schwer. Weil die meisten haben jetzt so knapp unter 30. äh. Sieh mal was. Kann. Unter 30 Fleisch gegeben. Also. Könnt sein dass wir doch noch. Wenn. Wenn ich Pech habe. Zwei brauche. Ein. So. Ich weiß jetzt nicht ob das so viel bringt. So oft hintereinander. Aber ich denke immer nach jeder Aktion. Verbraucht er auch so ein paar Punkte. Die er uns mag. Also mit viel Glück reicht ein einziger noch. Ich sehe schon guck es wird genau ein Hasenfleisch nachher. Hm. Ne. Große freie Fläche. Aber nichts was hoppelt. Achso. Sind das Schirmlinge? Achso. Der hat direkt den anderen mitgenommen. Okay. Cool. Ja. Kann ich hier nebenbei mal drauf achten. Dass wir mal noch die anderen Schirmlinge finden. So. Einer noch. Das ist ein äh. Dings. Kein. Doch ist auch ein Schirmling. Okay. Perfekt. Dann haben wir schon mal alle Schirmlinge. Wenn wir jetzt noch ein Häschen finden. Ah. Da hinten ist da einer. Und was eventuell 31. Was ist denn das da? Ich glaube hier waren wir schon mal. Ja. Nice. Genau das was wir brauchen. Gott sei Dank. Perfekt. Ja. So. Da können wir Fälle und Fleisch abgeben. Dann haben wir jetzt insgesamt vier Jagdquests erledigt. Ne. Fünf sogar. Zwei mal zwei in Talenberg. Zweimal jetzt Fleisch und zweimal Fell. Und bei Alex die 40 Hirschfleisch in Rattai. Ja. 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 Dann können wir ganz entspannt zurück nach Rattai reiten. Und dann am nächsten Tag am Turnier teilnehmen. Die drei Tränke die ich hab brauche ich. Äh brauche. Die ich brauche habe ich. So rum. Mal gucken. Ich könnte mir vorstellen. Nächste Aufgabe vielleicht von beiden wenn wir Glück haben. Dass die Wildschwein Fleisch und Leder brauchen. Die Frau. Die ist immer sehr besorgt wenn ich hier bei den Reihen gehe. Ich habe die heute für dich. Das nenne ich Qualität. Genau das was ich brauche. Hier bitte. Hast es dir verdient. Und wie versprochen bringe ich dir was bei. Alles Gute. Ach cool. Hat er mir jetzt was beigebracht? Also gut. Ich denke unser Jagen Skill. Oder irgendwas anderes hat sich vielleicht verbessert. Guck mal bei Trinkfestigkeit habe ich noch drei Skill Punkte. Ich weiß gar nicht wie wir auf Level 12 bei Trinkfestigkeit kommen. Das muss an den Rattai Turnieren liegen. Au. Beginnt zu regnen. Ja. So. Dann direkt mal wieder hoch in die Burg. Dem Kämmerer das Hasenfleisch auf den Tisch knallen. Und dann waren wir doch heute gut unterwegs. Vier Quests abgeschlossen. Neulich haben wir für eine Quest drei Folgen gebraucht. Schafendings Kurve. Der war hier. Ja. Hallo. Habt das Fleisch. Gott sei mit dir. Ich habe wild. Dann zeig mal her. Exakt 150. Ja. Das ist doch mal ein richtig guter Meisterjäger. Echt Schwein gehabt. Ich habe so... Ich kenne doch mein Glück. Ich hätte 149 bekommen. Statt 150. Aber... Glück gehabt. Hier. Deine Belohnung. Danke. Ich habe noch einen Auftrag. Herr Dibbisch verlangt es nach Rotwildgulasch. Kannst du helfen? Sicherlich. Auch bald. Wildschweingulasch stand jetzt da. Will er haben? So. Okay. Wie viel Wildschwein will er? Äh... 90. Okay. So. Ah ja. Passt ja. Der Alex will ja auch 25. Ich denke ein, zwei Wildschweine reichen vollkommen aus. Und... Der Sarsauer Metzger will vier Hirschlebern. Puh. Das könnte schwierig werden, weil die vergammeln in der Zwischenzeit. Gut. Wunderbar. Dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.